Ich weiß nicht, ich weiß nicht, aber ich sehe auch ein paar bekannte Gesichter. Ihr wolltet auch mal versuchen, meine lieben Freunde. Ihr wisst ja schon, was euch erwartet. Meine Lieblings, ich begrüße euch alle, die bisherigen Herzen, den Spannspaßmann. Die meinen treuen Rötter, die dieses verfluchte Gemäuer bewachen, haben euch sicherlich schon angedeutet, was hier vor sich geht. Wobei, wenn ihr wisst, warum es geht und trotzdem hier seid, meinen Respekt. Das Böse beherrscht unsere Familie seit vielen Jahren lang. Nur um aus dem Rötter zu können, was wir hier in der Vorfahrt haben, ein Pakt mit den Bösen, ohne es um den Ohren preis zu können. Die sieben, anderen Zeugen, vier Schlosswerfen, von uns, und ganz und keiner von ihnen, um das dreißigste Leben zu können. Und alle, alles in Ruhe, müssen wir uns alle. Aber ich habe das Böse verstanden. Und ich kann es bekämpfen. Weil ich allein mit den Kästen meiner Vorfahrten zusammen mit ihnen, konnte ich diese Maschine entwickeln. Diese Apparatur kann positive Energie binden und damit gegen das Böse vorgehen. Stillt mir eure positive Energie zu verfehlen. Was der Rohre auf dem Ton, noch ganz nahe das Zintrum der Blutkräfte, trotz dem unsehenden Schicksal, eure gesunde Energie, denn sie entladen, gegen die Mächte der Fünsterlust. Das war die Praxis, die Mächte der Welt. Die Mächte der Gäste. Auf Kai, die Taschen, die Mächte, die Mächte, die Mächte, die Feuerabwehr. Aber da, bei dir noch keinem Moment, weil ich nicht blieb, nicht fliebe, kommen fliebe, und bringen euch eine Freude hin, bis ich nur eine Reihe und wenig nachzunehmen. Am Anfang. Am Ende. Vielen Dank.